Es geht richtig shaky hier, oder? Ja. Das mag ich, wenn es so shaked, ja. Cool, das war ein wenig. Guck mal, da drüben raus ist ein schönes weißes Haus mittendrin, siehst du? Hinten da hinten so ein Palast. Ja. Ein White House einfach. Alter, das ist ja richtig shaked, oder? Ja, das macht Spaß, sowas mag ich. Du musst ja noch fliegen können, oder? Sondern auch ein bisschen nach Hausfahrt, oder? Hier, schön im Wasser landen. Oh, schon wieder ein Chateau, geil. Stimmt, ja. Das ist die Arbeit der Siedlung hier. Guck mal, siehst du, diese braune Nacht. Schön, die Arbeit, ja. Der wackelt gut. Ja, ja. Der hat gut Wind, Alter. Ja. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich so lande. Ja, ich find's geil. Das ist wie der Eingern, der so lande, weißt du, wie diese eine da in diesem Fernsehen, weißt du, was ich mein? Ja, ja. Wie in Hamburg die Landung. Wo war das? Hamburg. Hamburg? Alter, was ist denn da los? An der Strom, oder was? Boah, lange nicht mehr so eine Sonne, oder? Ja. Boah. Oh, wie der Scheiß. Wo ist denn da? Wollab gegangen. Das haben wir uns heute Kirmes gespart. Jetzt kommt das Pool schon wieder hoch. Fehlt nur das Klatschen. Aber das sind noch mal Gefälle. Wir hoffen, dass dieser kurze Flugbesuch hat Ihnen gefallen, um die Reise des Freundes wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag hier in Norden und Umgebung. Auf jeden Fall wünsche ich noch eine schöne und sicher weitere Reise. Bis zum nächsten Mal auf BDNN vorbei.